Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, heute mal wieder mit einem Titanenwandler bzw. Titanenkraft erklärt Video und heute haben wir den Attack Titan oder auch den Shingeki no Kyojin im Visier. Wir machen das Ganze natürlich wie immer, wir gehen erst etwas Allgemeines zu dem Titanen durch, danach reden wir über die Titanenwandler und letztlich gehen wir dann auch noch auf die Besonderheiten dieses Titans ein. Denn schnacken wir nicht lange rum Leute, sondern beginnen hier und jetzt direkt mit etwas Allgemeinem zu diesem Titanen. Tja, der Name von Ernst Titan war ja lange Zeit ein großes Fragezeichen für Attack on Titan Fans und schon in Folge 58 von Attack on Titan wurde der Name dann offenbart, oder ich sollte eigentlich besser sagen, der Name wurde endlich offenbart. Viele Leute haben lange Zeit Fragen gehabt, wie der wohl heißen würde. Der Titan wird auf Englisch Attack Titan genannt und auf Deutsch wird er ganz plump der Attackierende Titan genannt. Beide Namen treffen jedoch nicht so ganz die japanische Bedeutung dieses Namens, denn im japanischen wird dieser Titan Shingeki no Kyojin genannt. Und ja, die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, Shingeki no Kyojin ist der japanische Titelname von Attack on Titan. Bei uns heißt es Attack on Titan in Japan, Shingeki no Kyojin. Daher ist natürlich unsere Übersetzung von dem Namen nicht ganz so kraftvoll, denn Attack on Titan wäre auch ein komischer Name für eine Titanenkraft. Deswegen heißt er auf Englisch und auf Deutsch Attack Titan bzw. Attackieren der Titan und nicht Attack on Titan. Aber trotzdem eigentlich ein ziemlich krasses Reveal. Somit ist die Titanenkraft zumindest im japanischen noch bedeutungsvoller, da sie namensgebend für die gesamte Serie ist. Innerhalb von Attack on Titan hat diese Kraft aber natürlich auch noch einige Spitznamen, wie zum Beispiel der Berserker Titan oder Berserk Titan oder eben auch einfach nur Attacker. Zu den Namen Berserker Titan komme ich aber im Verlauf dieses Videos noch einmal genauer zu. Der Attack Titan ist eine der neun Titanenkräfte, welche aus dem Ur-Titan der ersten Titanenwandlerin Ymir Fritz entstanden ist. Optisch ist der Attack Titan den Titanenkräften zuzuordnen, welche eine in Anführungsstrichen normale Hautschicht besitzen und keine sonderbaren optischen Erscheinungen bieten. Heißt der Titan ist in einer Kategorie mit dem Kiefertitan von Ymir oder auch dem Karrentitan und ist nicht zum Beispiel dem weiblichen Titan zuzuordnen von der Optik her. Die Kraft des Attack Titans unterliegt genau wie die anderen acht Kräfte dem sogenannten Fluch von Ymir. Wenn du zu diesem Thema mehr wissen möchtest, klick doch einfach mal oben rechts auf die Infocard. Dort habe ich eine Playlist oder ein Video verlinkt. Kommen wir jetzt aber zu den Titanenwandlern, die uns bekannt sind vom Attack Titan. Tja, wie gerade schon erwähnt war der Attack Titan ja mal Teil des sogenannten Ur-Titans von Ymir Fritz und somit war sie auch quasi mehr oder weniger die erste Titanenwandlerin dieser Kraft. Nach aktuellem Stand von Attack on Titan Manga Kapitel 118 gibt es drei weitere uns bekannte Titanenwandler des Attack Titans. Nach dem großen Titanenkrieg, welcher sich ja ungefähr 100 Jahre vor Beginn der Story, wie wir sie in Staffel 1 gesehen haben, abspielte, verschwand der Attack Titan als einzige Titanenkraft komplett von der Bildfläche. Weder die Marley noch die königliche Familie innerhalb der Mauern wussten, wo sich der Attack Titan oder dessen Titanenwandler befand. Es ist jedoch sehr stark davon auszugehen, dass der Attack Titan stets unter Freiheitskämpfern weitergegeben wurde. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass der Eldia-Clan, welcher ja die Kraft des Attack Titans über Jahrhunderte hinweg besaß, diese vor dem großen Titanenkrieg in Sicherheit gebracht hat. Genaues können wir hier jedoch nicht wirklich sagen, da wir zu den Eldia-Clans und auch zu dem Verbleib des Attack Titans viel zu wenig Informationen haben und daher ist alles, was ich hier gerade auch so ein bisschen gesagt habe, in gewisser Art und Weise Spekulation. Der zeitlich gesehen erste Titanenwandler, der nach Ymir Fritz bekannt war vom Attack Titan, war Eren Kruger. Oder Kruger, wie er ja tatsächlich auch in den Untertiteln genannt wird. Dieser war ein Freiheitskämpfer für die Eldia und besaß diese Kraft für ungefähr 13 Jahre. Er machte von dieser Kraft jedoch nach unserem Wissen nicht allzu oft Nutzen oder Gebrauch, da er ja immerhin geheim bleiben wollte und seine Identität als Marley-Soldat aufrechterhalten wollte. Kruger war es dann letzten Endes auch, welcher Grisha-Jäger im letzten Moment vor seinem sicheren Tod rettete. Mit seiner Titankraft erledigte er nämlich eine Einheit von Marley-Soldaten und zerstörte auch ein Schiff und hinderte sie so daran, Informationen zurück an das Heimatland der Marley zu bringen. Sein Titan sah dem Titan von Eren übrigens sehr, sehr ähnlich, vor allem was die körperliche Statur angeht. Einzig und allein, ja, der Kopf unterscheidet sich deutlich. In seinen letzten Momenten unterwies er Grisha-Jäger dann noch, wie er die Titankraft nutzen müsse und gab diese Titankraft dann schließlich an Grisha-Jäger auch weiter. Somit ist Grisha auch der nächste uns bekannte Titanenwanderer des Attack-Titans gewesen und er war zu dem Zeitpunkt, als er die Kraft bekam, 26 Jahre alt. Tatsächlich führte Grisha in gewisser Art und Weise das geheime Vorgehen der Eule in Anführungsstrichen weiter und lebte eine lange Zeit als normaler Arzt innerhalb der Mauern und wurde letzten Endes natürlich auch Vater von Eren und ließ sich nie wirklich etwas anmerken, dass er ein Titanenwanderer war. Gegen Ende seiner Zeit als Titanenwanderer kämpfte Grisha dann gegen Frieda Reis, die damals den Faunin-Titan innehatte und fraß sie letzten Endes, um so diese Kraft zu bekommen. Optisch blieb sein Titan aber so wie vorher. Das Besondere an Grishas Titanenformen war jedoch, dass sein Titan im Vergleich zu den uns anderen bekannten Formen des Attack-Titans sehr bullig und breit aussah, ja schon fast kanisterartig aussah, weshalb er so den Spitznamen Kanister-Titan bekommen hat. Sein Erscheinungsbild wirkte daher sehr sehr merkwürdig. Das hat aber sehr wahrscheinlich etwas mit der uns unbekannten Gestalt seines früheren hirnlosen Titans zu tun, in denen er sich ja verwandeln musste, um Eren Krüger zuvor zu fressen. Letztlich vererbte Grisha im Alter von 39 Jahren seine Kraft an seinen damals 10-jährigen Sohn Eren Jäger. Dieser ist auch bis zum heutigen Stand, also Kapitel 118 von Attack on Titan, der Titanenwanderer des Attack-Titans. Es gab natürlich auch noch andere Titanenwanderer vor dem eben genannten, jedoch sind Krüger, Grisha und auch Eren die einzigen uns wirklich bekannten Titanenwanderer des Attack-Titans. Kommen wir als nächstes jetzt zu den Besonderheiten des Attack-Titans. Nun, prinzipiell gehört der Attack-Titan zu der gar nicht so unüblichen 15 Meter Klasse und ist somit genauso groß wie zum Beispiel der gepanzerte Titan. Bei der Verwandlung des Attack-Titans treten bis auf eben eine im Verhältnis zum kolossalen Titan kleine Druckwelle keine massiven Besonderheiten auf. Der Attack-Titan weist körperlich von der Statur her eine im Vergleich zu den anderen Titanenwandererkräften eine essentielle Besonderheit auf, wie ich persönlich finde. Von allen Titanenkräften ist nämlich diese jene, die am muskulösesten und auch definiertesten wirkt. Man merkt hier, dass das Design des Attack-Titans an einen durchtrainierten MMA, also Mixed Martial Arts Kämpfer angelehnt ist. Das hat ja auch Hajime Isayama schon klar und deutlich gemacht. Der Attack-Titan ist also wie für den 1 gegen 1 Kampf unter Titanen gemacht worden und kann sich aufgrund seiner Statur in vielen Kampfsituationen sehr gut anpassen. Eine viel zu selten angebrachte Besonderheit ist zum Beispiel auch, dass der Attack-Titan eine unglaublich große körperliche Kraft besitzt. So kann diese Titanenkraft Dinge heben, welche das eigene Gewicht und auch das Volumen des Körpers des Titans bei weitem übertreffen. Das hat man schon sehr gut in Staffel 1 gesehen, wo Eren ja mit seinem Titan einen unglaublich schweren und großen Stein auf seinen Schultern getragen hat und stellt euch das mal vor, dass das ein Mensch machen würde von den Proportionen her. Andere Titan hätten das sicherlich nicht so schaffen können. Interessant ist jedoch, dass die einzige wirkliche konkrete Aussage, also da wo wir wirklich zu 100% sagen können, was die Besonderheit des Attack-Titans ist, ist nämlich die, dass der Attack-Titan der Titan ist, welcher immer weiter vorangeschritten ist, egal wie düster die Zeiten auch sind oder waren. Die Nutzer des Attack-Titans und somit auch der Titan selbst haben immer nach Freiheit gestrebt und für diese gekämpft. Daher wird in Theorien auch häufig davon ausgegangen, dass diese Titanenkraft seine Nutzer beeinflusst und sie quasi dazu bringt, für die Freiheit zu kämpfen. Denn Freiheit ist sowohl für Krüger als auch Grisha und ganz besonders Eren etwas mehr als nur Essentielles gewesen oder ist es auch immer noch im Fall von Eren. Eine weitere Theorie besagt außerdem auch noch, dass der Nutzer des Attack-Titans Erinnerungen durch die Zeit schicken kann. Ähnlich wie wir es ja im Fall von Krüger schon gesehen haben, der ja vermeintliche Erinnerungen aus der Zukunft zugeschickt bekommen hat. Aber wie gesagt, Leute, das ist nur eine Theorie. Ich persönlich glaube, dass das eher etwas mit der Koordinate beziehungsweise Koordinate an und für sich zu tun hat mit den ganzen Faden. Habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch auch mal oben. Letztlich kommen wir noch zum sogenannten Berserker-Modus oder Berserk-Mode. Wie wahrscheinlich jeder von euch gesehen hat, machte der Attack-Titan von Eren am Ende von Staffel 1 eine seltsame Wandlung durch, bei der er so wirkte, als würde der Titan anfangen zu glühen oder zu brennen. Auch seine körperliche Kraft schien zu steigen, aber war das wirklich so? Nun, zu der Kraft habe ich ja zuvor in diesem Video schon was gesagt gehabt, dass der Attack-Titan wahrscheinlich einfach die größte körperliche Kraft in Relation zu seiner Größe und Masse besitzt. Daher denke ich nicht, dass das irgendwie auf diesen brennenden Berserker-Modus zurückzuführen war. Daher ist das eigentlich keine wirkliche Neuerung gewesen hier mit der Kraft. Wichtig zu erwähnen ist, und das wissen natürlich viele Leute nicht, dass dieser von Fans genannte Berserker-Modus etwas ist, bei dem es sich um etwas handelt, was nie wirklich im Manga vorkam. Diese Szene, wie ihr sie in Staffel 1 von Attack on Titan gesehen habt, kam nie so im Manga vor und ist somit auch Anime-exklusiv. Dazu kommt auch noch, dass der Berserker-Modus weder im Manga noch im Anime später je wieder vorgekommen ist. Daher ist hier sehr, sehr stark davon auszugehen, dass es sich hier nur um ein stilistisches Mittel gehandelt hat, welches benutzt wurde, um den Zorn und die Wildheit von Eren und seinem Titan in diesem Moment zum Ausdruck zu bringen. Es ist somit sehr wahrscheinlich nicht Teil der Kraft des Attack-Titans und ja, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen von euch enttäuschen, aber so sieht es leider aus. Essentiell kann man also eigentlich festhalten, dass der Attack-Titan im Gegensatz zu allen anderen Titan-Kräften keine wirkliche, einzigartige, essentielle Besonderheit besitzt, die sich wirklich von allen anderen absetzt. Naja, zumindestens haben wir diese noch nicht konkret gesehen oder erklärt bekommen, mit Ausnahme eben der Aussage von Eren Krüger bezüglich des Kampfes nach oder für Freiheit. Und nur, damit ihr nicht durcheinander kommt. Die Kraft, hirnlose Titanen zu kontrollieren, wie Eren es am Ende von Staffel 2 gemacht hat, hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Attack-Titan zu tun, sondern basiert auf Erens zweiter Titanen-Kraft, nämlich der Kraft des Founding-Titans. Aber was sagt ihr zum Attack-Titan generell? Wie würdet ihr die Kraft des Attack-Titans beschreiben? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Abschließende Worte zum Attack-Titan habe ich ja auch noch. Im Manga besitzt Eren, wie schon vorhin gesagt, nach wie vor diesen Titanen und er hat hier aufgrund des Fluchs von Imi maximal, also höchstens noch vier Jahre zu leben. Eren macht aktuell außerdem auch nicht irgendwelche Anstalten, als wolle er seine Kraft irgendwann zeitnah abgeben und ob überhaupt jemand irgendwann mal seine Kraft erben wird, bis zum Ende der Geschichte, steht auch noch in den Sternen und wird von vielen als sehr unwahrscheinlich gehalten. Tja, Leute, das war es jetzt auch hier mit dem Video zum Attack-Titan. Ich weiß, viele von euch haben jetzt gehofft, dass ich ihm die krasse Offenbarung gebe bezüglich der Titankraft, aber es ist nun mal so, dass der Attack-Titan wirklich keine essentielle, konkrete, niedergeschriebene Fähigkeit hat oder Besonderheit hat. Aber ihr könnt eure Meinung zum Attack-Titan auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über den Attack-Titan? Habe ich vielleicht etwas Wichtiges vergessen, wo ihr sagt, hey Kev, das hättest du noch mit einbringen müssen? Schreibt mir das unbedingt auch in die Kommentare. Was mich jetzt sehr, sehr supporten würde, wäre, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten würdet und mich auch kostenlos abonniert für noch mehr Attack-on-Titan-Content hier auf meinem Kanal. Meine sozialen Medien kennt ihr, Twitter, Instagram, Discord und mittlerweile auch Twitch findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt noch wie immer einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder.